Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4185. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin nicht im Büro. Ich sitze zu Hause in der Küche und arbeite an meinem Laptop. Ich bin nicht im Büro. Ich sitze zu Hause in der Küche und arbeite an meinem Laptop. Ich bin nicht im Büro. Ich sitze zu Hause in der Küche und arbeite an meinem Laptop. Wie schaffe ich es, das alles vor der Prüfung in meinen Kopf zu bekommen? Wie schaffe ich es, das alles vor der Prüfung in meinen Kopf zu bekommen? Ich investiere viel Zeit in mein Aussehen und meine Gesundheit und trainiere täglich mit Gewichten. Ich investiere viel Zeit in mein Aussehen und meine Gesundheit und trainiere täglich mit Gewichten. Ich bin Lehrerin geworden, weil es mir Spaß macht, jungen Menschen etwas beizubringen und zu sehen, wie sie sich positiv entwickeln. Ich bin Lehrerin geworden, weil es mir Spaß macht, jungen Menschen etwas beizubringen und zu sehen, wie sie sich positiv entwickeln. Ich bin Lehrerin geworden, weil es mir Spaß macht, jungen Menschen etwas beizubringen und zu sehen, wie sie sich positiv entwickeln. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Ich baue einen Wolkenkratzer so hoch wie Häuser in Amerika. Wir können es so machen, wie du es willst, aber ich habe noch einen Vorschlag, wie es einfacher geht. Ich möchte Kartoffeln pflanzen, also muss ich den Boden vorbehandeln. Ich möchte Kartoffeln pflanzen, also muss ich den Boden vorbehandeln. Ich möchte Kartoffeln pflanzen, also muss ich den Boden vorbehandeln. Wie geht es deinem Mann? Arbeitet er immer noch so viel? Wie geht es deinem Mann? Arbeitet er immer noch so viel? So putzt du deine Zähne richtig? So putzt du deine Zähne richtig. So putzt du deine Zähne richtig. Nur noch dieses Bäumchen, dann haben wir alle Pflanzen in der Erde. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir müssen in diesem Fall noch präziser arbeiten als sonst und haben nur noch eine Woche Zeit. Wir brauchen mehr Milch. Wir brauchen mehr Milch. Haben wir dann alles oder fehlt noch etwas? Sie sind verhaftet. Ich belehre sie jetzt über ihre Rechte. Sie sind verhaftet. Ich belehre sie jetzt über ihre Rechte. Wir breiten die Arme aus und tun so, als würden wir fliegen. Willst du das nochmal machen? Ich kann deine ewigen Vorwürfe nicht mehr ertragen. Warum bist du so eifersüchtig? Das muss man probieren. Das ist neu in meinem Sortiment. Es wird dir schmecken. Das muss man probieren. Das ist neu in meinem Sortiment. Es wird dir schmecken. Wir haben das Problem gemeinsam erfolgreich gelöst. Wir haben das Problem gemeinsam erfolgreich gelöst. Nach der Ernte liegen die Heuballen zur Abholung auf dem Feld. Nach der Ernte liegen die Heuballen zur Abholung auf dem Feld. Ich habe Maria getroffen, als ich mit meinem Hund Gassi ging. Ich habe Maria getroffen, als ich mit meinem Hund Gassi ging. Treppenlaufen verbessert Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Treppenlaufen verbessert Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Die Fischer trocknen ihre Fischereiausrüstung in der Sonne. Die Fischer trocknen ihre Fischereiausrüstung in der Sonne. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Fischereiausrüstung in der Sonne. Die Fischereiausrüstung in der Sonne. Die Fischereiausrüstung in der Sonne.